Noobs on! Call of Duty Black Ops 3 Es war einmal ein Hamster, der hatte Weiber 4 Das fang er auf das Boot und fuhr nach Trier Es war einmal ein Jakob, der hatte Eier 0 Da tanke erst sein Auto und auf einmal war es wieder full Da hilft auch kein Rebull Da rückbereit Und wenn der Jakob gucken will, der ist auf der alten Spur Das war gar nicht mal so gut Es war einmal ein Mau, der hatte einen Knall Er hatte 2 Eier, die waren furchtbar prall Er hatte 2 Eier Er hatte 2 Eier Ich bin noch auf Hunted ich auch sehen unsere stimme nur halb oder und tobias ist geheim das habe ich gesehen ja genau meine stimme irgendwas stimmt so frage doch nicht aber das ist geil kombine ja wisst ihr eigentlich dass ich level 10 bin der einzige in der lobby dann doch oder safer determine etwas wie wir in du mit